Alles mit Maß Lassen Sie uns nun ein paar Mengenangaben lernen. Wie viel Geld ist in der Börse? Immer zu wenig. Wie viel darf ich Ihnen geben? Je mehr, desto besser. Und was haben all diese Fragen gemein? Ha? Richtig. Sie alle beginnen mit dem Wort der Frage, wie viel? Kammer. Kammer? Wie viel ist manchmal auch die Kurzform für, was kostet das? Aber bei solchen Preisen kaufe ich nichts. Gar nichts. Die sind wohl verrückt geworden. Die wollen mich wohl für dumm verkaufen. Nichts. Gar nichts. Klum. Schumdabar. Klum. Schumdabar. Im Gegensatz zu alles. Hakol. Hakol. Wir haben so wenig gekauft und so viel ausgegeben. Wenig. Meat. Meat. Oder viel. Harbe. Harbe. Der Verkäufer behauptet, ihn selbst habe es mehr gekostet, aber das stimmt ja gar nicht. Der Händler zahlt weniger. Der Kunde mehr. Weniger. Pachot. Pachot. Oder mehr. Jotera. Jotera. Ihr wollt noch auf diesen Turm? Tut mir leid. Ich bleibe hier unten. Mir reicht's. Ich habe genug. Maspik. Maspik. Im Gegensatz zu zu viel. Jotermi dai. Jotermi dai. Die anderen wollen auf den Turm. Ich mache lieber noch ein paar Einkäufe. Für... noch ein bisschen. Oder g'zatt. Oder g'zatt. Sie werden etwa eine halbe Stunde brauchen. Ungefähr. Be'erich. 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 Moment. Ich muss kurz mein Münzgeld nachzählen. Reicht das noch für einen Kaffee? Ja. Mehr oder weniger. Pachot o'joter. Pachot o'joter. Ich sitze in einem Kaffee und bereite alle Einkäufe vor mir aus. Ich war sicher, es sei viel mehr. Ist das alles? Zeh ha'kol. Zeh ha'kol. Die anderen sagen, das ist genug. Zeh ma'zpik. Zeh ma'zpik. Tja, sie sind von ihrem Ausflug auf den Turm zurückgekehrt. War es dort oben wirklich so schön? Wirklich? Be'emet. Be'emet. Vielleicht komme ich morgen noch mal her. Vielleicht. Ulai. Ulai. Kann man den Weg hier abkürzen? Natürlich kann man. Klar ist das. Möglich. Möglich. Efschar. Efschar. Im Gegensatz zu unmöglich. E'epschar. E'epschar. Sind Sie sicher? Ja, gewiss. Ganz sicher. Be'wadai. Be'wadai. Sie haben wie immer recht. Natürlich. Kamu'wane. Kamu'wane. Be'wadai. Sicher. Ohne jeden Zweifel. Ganz bestimmt. Be'hechlett. Be'hechlett. Ich bin dagegen. Für mich kommt das nicht in Frage. Auf keinen Fall. Be'hallah. Be'h myślen. Be'h'hantly. Aopen. No. Be'hme. Be'h.h Mc ни w'h'hся. No.